Baldur Fisch, baldur Fisch, du biebber, baldur Fisch, baldur Fisch, baldur Fisch, du bist so ein Arschloch, das kann nicht erwarten, das ist halt was, das sag's grad noch, und du hast nix besseres zu tun, als in meinen emotionalen Reden, 17., du bist so ein Krapf. Once again we're home sweet Dead Ich geh mal kurz auf die vom Hund Das ist ganz wichtig Zwei Sachen Ich geh auf die vom Hund Und dann geh ich mit der Toilette draus Also ich geh auf den Hund Also alles gut Also wechseln Die Viecher sind alle mega gruselig Ist mir egal Egal So die sind alle verdammt gruselig Wie geht's dir Durandal Drachenlord Durandal Drachenlord Servus Ich hab Ich biete dir hier an Sachen für Gold zu verkaufen Und du fragst mich ob ich Geschwister hab Willst du mich vielleicht auch gleich noch heiraten Wollen wir gleich so weit gehen mein Freund Hä Willst du mir einen Ring kaufen Willst du mich fragen welche Blutgrube ich hab Ich möchte hier lediglich nur einkaufen Mein Freund Und jetzt geht's Mikrofon wieder oder was Jetzt geht es Mikrofon wieder oder was Genau in dem Moment geht es Mikrofon wieder oder was Willst du mich verarschen Ein neuer Tag Ein neues Glück Ich wünsche Ihnen ein Wunder Ich wundere Ihnen What What the fuck Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag Ich hab ihn nur knapp verfehlt Nur knapp verfehlt Wirklich nur sehr knapp Ich hab jetzt die Küche mal zum Fressen Kann ich das auch nicht klippen und das den Best of the Night Speed machen Dann rapp ich drüber Ja was ist denn hier Oh mein Gott Oh mein Gott Ups Das wollte ich nicht Scheiße Ich hab auch so ein bisschen auf die Maus geträgt Das meint ich nicht Es tut mir leid Das tut mir so leid Das be going